Am Samstag, 14. April ist auf dem Ranghof das Schweizer-Finale vom Nike Premier Cup 2012. Die 16 besten Mannschaften der Schweiz spielen um die Qualifikation der Europa-Finale zu Lodz. Kommen Sie vorbei, geniessen Sie die Atmosphäre und schauen Sie den besten U15-Fussballern der Schweiz beim Shooten zu. Natürlich auch dem FCB. Am Samstag, 14. April auf dem Ranghof zu Basel. Bis zum nächsten Mal.